Hallihallo, Hallüchen und herzlich willkommen zurück zu Amnesia The Dark Descent und heute mal etwas unquietschiger, weil diesmal habe ich meinen Gamer Stuhl sozusagen, also sagen wir mal so, es ist ein ganz normaler Gartenstuhl, habe ich wieder, weil der, wenn ich so rummache, so, so wie er jetzt macht, so. Und dann quietscht da gar nichts, da hört man gar nichts, null, null, niente, zero und in anderen Sprachen kann ich null gar nicht mehr sagen, also, Intelligenz von einem Warzenschwein, das ist wahrscheinlich ein IQ von knapp, ja, schreibt mir das in den Kommentaren, was für ein IQ hat ein Warzenschwein? Sie steckt fest, es blockiert, etwas blockiert die Kurbel und die Rolle. Hm. Ah, gefunden! Ähm, kann sie von hier aus nicht festhalten, dann würde ich mal sagen... Ach, da, 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 du, Kiste, hierher. Ja, ne, ne, ne. Mann, bin ich gut. Ach, und da kommen wir dann entlang. Die Luke ist zu schwer. Pff. 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 Ach, wo geht's da lang eigentlich? Ach so, ja. Pff, 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 intelligente Frage. Äh. So. Warum fliegen hier, fliegen rum? Die stören mich. Ganz schön. Ah, Luke. Ah, geht weg. Äh. Fliegen weg. Weg, weg. Oh, komm. Au. Ich wollte doch nur ein bisschen Trampolin springen. Da, 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 da. Ich renne einfach mal, weil ich's kann. Ach. Er brach durch die Oberfläche. Das Wasser des dunklen Atlantiks nahm ihm die Luft, als er versuchte, die Situation zu begreifen. Da, da, da. Wä? Okay. Ach, jetzt wissen wir auch, was du bist. Du bist ein unsichtbares Monster. Dass mal direkt einfach so neben mir steht. Das ist ja auch sehr nett. Ja. Wie geht's dir so? Ja. Fleung, kenn ich. Kenn ich. Und? Hast du heute... Ach. Wie geht's denn eigentlich deiner Frau? Ja. Getrennt. So. Würde ich mal aus deiner Stille entnehmen. Und? Die Kinder? Ah. Ja. Ja. Musst mir nicht zwischen reinreden. Und die Kinder? Ja. Denen geht's gut. Wusste ich doch. Und der kleine Jimmy. Entschuldigung. Der kleine Jimmy. Der ist doch wieder aus dem... Ja. Okay. Ich wollte jetzt nicht drauf ansprechen, dass der im Knast war. Aber der ist doch wieder raus, oder? Der... Ja. Der Bewährungshelfer hat doch da geholfen. Meine ich. Ja. Ich bin der Meinung, dass es so war. Also... Ich kann mich auch irren. Also... Ja. Ich weiß nicht. Wurde mir gesagt. Wurde mir so gesagt. Also... Ich geh da mal. Ah. Da. Ah. Ja. Ich bin weg. Ja. Da. Rennen die Groupies mir mal wieder hinterher. Groupies. Groupies. Das hört sich an wie eine Zeit-Time-Uhr-Dingens. Ah. Hast du Hunger auf... Bibel. Ups. Ja. Da drüben. Da. Aber irgendwie... Äh... Hätte jetzt doch lieber Lust... Hier wegzugehen. Ja. Ähm... Das klappt nicht ganz so, wie ich will. Hm. Oh-oh. Okay. 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 So lang. So. Und wo... Ist jetzt dieses Zeit-Dings? Wo ist dieses Zeit-Dings? Los! Trau! Ah! Trau! Trau! Ah! Trau! Trau! Ah! Ah! Scheiße! Ah! Laudanum! Das bringt's mir nicht. Das bringt's mir einfach ganz und gar nicht. Ah! Trau! 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 Spring! 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 Aua! 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 Da! 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 Oh mein Gott! Falls ich übersteuert war... Tut mir leid. Oh! Fuck! 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 Ja! Du konntest mich echt erschrecken, mein Lieber. Ja! Ich hätte dich nicht auf deinen Sohn ansprechen sollen, glaube ich, oder? Ja! Der Jimmy hat doch sich das selbst eingebrockt. Ja! Ich weiß, dass der möglicherweise unschuldig war und dass er genügend Beweise da waren. Aber einmal lebenslänglich heißt lebenslänglich. Kann ich ja nix für. Mann! Oh! Ja! Ich kann doch nix dafür! Diskutieren bringt jetzt auch nix, mein Lieber. Ich bin fest der Meinung, der Jimmy war schuld. Der hat den alten Opa zusammengetreten. Mit dem Kevin, dem Nachbarn von euch da zusammen. Das ging einfach nicht. Der alte Herr war im Koma! Ja! Ja! Jetzt weiß ich immer noch nicht, wo... Oh mein Gott! Wo das war! Und... Und... Drüben sind wir schon mal. Aber wo war das jetzt? So, hier rüber. Da lang. Ist das da drüben? Hm. Ich bin mir echt nicht sicher. Wo soll das sein? Ja. Los! Geh doch einfach drauf! Ach, da lang. Da sind wir zu zweit mal wieder. Ja, äh... Hallo. Erstmal. Ich weiß ja nicht, ob sie es wussten, aber... Ähm... Ich würde hier gern durch. Äh... Lass mich! Lass mich! Lass mich! Nimm das! Oh. Möglicherweise... Möglicherweise bringt das was. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es was bringen könnte. Ich habe echt das Gefühl, das bringt was. So. So. Und ich werde jetzt hier... Hier genau, hier den Part beenden, ganz schnell. Ähm... Ich glaube, ich glaube, ich gehe zurück. Ich gehe erstmal zurück, hierher. Und dann beende ich hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bitte Feedback in den Kommentaren da lassen und... Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye. Amnesia. The Dog Descent. Ich will nicht mehr. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bet jungen gehen. Guru. Das verde k Hunger. Hier vertre öpstet.